Jetzt geht's aber los Okay So Wir gehen eigentlich meistens mal da in den Busch rein Von Eisern oder zum First Blood holen Ich hatte ähm Letztens mal ein Game da sind wir da reingegangen Und da standen schon alle drei Gegner da drin Waren im First Blood Ich wusste nicht wie das Gegner Ich glaub wir waren nach den Ich glaub nach 30 Sekunden oder so waren wir da drin Tja Von daher haben sich alle geflasht Um extra das First Blood machen zu können Nur um da rein zu kommen Ja First Blood halt ne Dafür drei mal Flash Wäre es mir nicht wert 400 Gold ist schon geil und dafür ist das halt noch einteilmäßig Nää Naja Die Altars werden in 60 Sekunden In 60 Sekunden Minions haben gespawnt Mit Lass mal mitlaufen Wenn dich zu ehren Auf Ezreal 6 hast du Scheiße Auf den Mehrfight Mehrfight Mundo Ich hab den mit meiner Klinge Ich weiß nicht, ob du ihn bekommen hättest Nö, ich hätte ihn bekommen wahrscheinlich, aber egal Ich brauch halt mein Level 2 Lass mal den Altar in dem gleich Go go Ja gut, nicht zu denen Ist das ein bisschen zu gefährlich Ja, da sind die wieder alle Obwohl Nee, geh weg Lieber nicht Ich sollte mich vielleicht nicht auf dem Altar zurückziehen Keine Ahnung, ich hab das Abo-Battle mal kommentiert Achso Deswegen hast du getipselt Ahaha, der Mundo Holy shit Wo auch immer er seinen Beil hingehauen hat Ich warte kurz auf mich Und vor allem wie lange sie mich chasen Holy shit Holy moly Oh ja Weil für Katharina ist der Hextech Sweeper Als empfohlenes Item drin Siehst du mal Und ein Dorans Schild Und der ist im Normale auch Jetzt werden sie aber aufmüpfig hier Aufmüpfig Aua, ich wollt grad meinen hier noch drücken Ich glaub irgendwie Der hat sich geblockt Der hat sich geblockt Er hat Chemo kristin DAT Na, der stirbt nicht Der hat noch viel hier für uns Was? Was? Hat der noch einen Auto-Attack gemacht? Weiß ich nicht, anscheinend Was haben wir nicht da noch raus? Weiß ich nicht, ich hab nicht durchgeguckt Ja, 2-1, Bastion 4-3 insgesamt Ja Das reißen wir schon Mehrfeind 7, ja Munde und Null-Farm Das wird auf jeden Fall ein schnelles Game, denk ich Und was hast denn du gespielt in Drankids? Hä? Was hast denn du immer so hauptsächlich gespielt in... Es real Achso Nur es real Keine Ahnung Keine Ahnung Der eine da hatte schon recht Von wegen Timo ist nicht ganz so Gut Ja, find ich auch nicht Find ich auch Find ich auch Da hatte der schon recht Ne Ich brauch Level 3 Was macht der Timo nach? Ja dann geh doch rauf, alter Komm doch mal Was macht der da? Keine Ahnung Da ist noch Munde oben dran, ne? Vorsicht Da ist noch Munde oben dran, ne? Vorsicht Pfff, nevermind, ja... Was? Was? Da ist ein Melfit Ah, jetzt hätte sie zu mir springen sollen Ich bin tot Was ist das denn grad Hast du die Skype-Dings auch gehört? Ne Was für Skype-Dings? War das vielleicht noch... Ach ja, genau Ich hatte das Abo-Battle noch an... Und da ist Master da rausgeflogen, ne? Gut möglich, ja Naja, ist er Ne? Der macht doch in seinen Altar... Ah, dieser Timo! Naja, das war nicht so gut Oh, scheiße Weil... Setz, why? Warum spiele ich Cutter? Keine Ahnung Ich glaube, irgendwie der Melfit kommt hier von oben... Na, der hat dann unseren Altarien genommen Den man ja auch hätte deathen können Nicht wahr, lieber Timo? Was macht der da eigentlich immer? Da ist noch ein Munde dran Das frage ich mich aber auch Ja, da geh doch rein! Die sind locker dran, du Bösch Munde! Ich will den ersten Scheiß ja ein, nämlich dass die mehr... Was kann sie machen Oh, Gott... Vorsicht Ich glaube irgendwie nie Genau das Nicht gut, wir haben was nichts Tänkiges Ich habe gleich ein paar Boots Diese vier extra Gold-Zenthalte, krass, die bemerkt man auf jeden Fall Ich wollte gerade sagen, ich bringe Ward mit oder Naja, hier ist nichts mit Ward Naja Boni hat die ganze Zeit seinen Weh an Er kann sich ja anscheinend Ja, er verliert wirklich nicht Oder ist das nur bei mir so? Nö Er verliert echt keinen Life, ist das vielleicht ein Grafik-Bug? Nö Keine Ahnung, der hat aber auch nur ein Doren-Schild, ne? Oh fuck Kannst du weggehen? Hm, kann nicht Loll Alter, verliert ja gar nichts an Leben Und was macht unser Timo da oben? Ich weiß nicht, er könnte vielleicht mal helfen Nö, kann er Gebet nicht Toll Er ist tot Ja Hoffe ich mal Aber der Timo ist auch noch hinterher geflasht Ich schummel kurz mit den Schienen Ja Okay Ja Warum verliert er kein Leben? Das wundert mich echt Vielleicht irgendwie ein Bug oder so Wahrscheinlich Timo, brauch Hilfe Timo ist tot Nee Scheiße Auf shit Go Auf S Hier Na gut Und so What? Nice Ich wollte grad sagen Naja, der Mundo hat Alter, der tankt richtig hart Naja, deswegen lieber auf S Ja, nur doof, dass der Dicks mich gefokust hat Naja, der SS ist top Der ist da irgendwo da oben drin Naja Oh, der Off nicht Nein, tatsächlich nicht Oh, doch Da ist er Da ist er Tschüss Ernst Ernst Auf Na, bin dabei Ach scheiße, zurück Ich bin tot Ich bin tot Ja, lol Okay, well Fail Warum Was macht der Timo denn da? Timo Please Help Us Er sieht doch, dass wir Hilfe brauchen oder nicht Was macht der Timo Was macht der Timo Was macht der Timo Na, wo ist ein Pilzen? Krass, warum bin ich da langsam? Da kommt ein Adz Und ein Mildfix Dann lieber auf den Adz gehen Ja, ich wäre eh gestorben Ja, keine Ahnung, was der Timo da macht So So Boom Vielleicht sollte er sich mal ein bisschen AP kaufen oder so Ja Komm, Triple Kill Triple Kill Triple Kill Leider nicht getroffen Scheiße Oh, egal Dann nehme ich halt den Altar ein Oh, wenn der durch den Pilz schadet Da ist tot Der ist tot Der Tau ist ja unten gleich weg, ne? Oh Ich hab mir ne Ulti zu, ne? Mach ne lustige Aussage mit Cutter Ja, ne? Ich mach kurze Tau und dann geh ich weg Dann gehen wir drauf Ähm Du bist so ein Freak, nein Ich geh kurz weg, ich muss weg, ich muss weg Nee Doch Weil er am Mundo ist Wo? Ganz rechts Warum? Weiß nicht, weil er mitspielen will Warum? Merfeld will sich ein Frozen Heart kaufen Warum? Ja, ne Ahnung Warum? Weiß nicht, weil ich nicht weiß, wie die Leute ticken Warum? Weil sie einen eigenen Kopf haben Warum? Weil das so unerangebundet vom Menschen ist Weil das so unerangebundet vom Menschen ist Ah Kerre? Pfuh? Tjuuu Können die nicht nochmal, die sind doch da drinnen? Man könnte da jetzt Boah, come on Malfight Handsurf? Hallo, wo sieht der dich immer noch? Kannst du raufjampen? Nice Und der hat meine Ulti abgebrochen, der Wechsel Ich würde jetzt nur ungern sterben wollen Joa, muss ja noch nicht Musst ja noch nicht So in 30 Jahren Wenn du alt und zerknittert bist Wenn du alt und zerknittert bist Oh, läuft Oh, ich hab's getroffen Du solltest vorsichtig sein, ne? Hm, was? Nö, quatsch, gewillt Alter Scheiße Alter, der... ne Doch der hat noch einen Zünden auf mich drauf gemacht Echt hat der? Ja Hm, ist ja doof, ne? Ist ja gut Also ich wär auch so nicht weggekommen, weil der Dings gekrittet hat, aber Leute, ich hab ihn nicht getroffen, really? Warte nicht Nix, der Adel kriegt den Altar nicht wieder Doch Neee, der geht jetzt erstmal schön wieder zurück Die sollten das so machen, dass wenn der... oh Gott, schau Ja, das war Timo, ja Komm runter vielleicht Holy shit Okay, der Flash war unnötig Was wollte ich denn jetzt sagen? Wenn man den Typen auf dem Altar angreift Dass die... dass die... dass die... Ja, das... das würde ich auch besser sein Ja, das... das würde ich auch besser sein Also das... dass der halt damit ich weiter einnehmen kann Ja Irgendwie für fünf Sekunden oder so Würde ich auch besser für mehrfach zusammenleben, also wir sollten beide... Ja, ich geh weg Dankeschön Kannst dir die Minus machen Meilow Item Frozen Heart Ja, dann kauf ich mir... keine Ahnung... von... irgendein anderes Item Defense... Hell... Ähm... 9-2 Ja, mein Gott, sollen sie tun Nix Ja, lass das lieber, dass es... Nix Ist ne Trap Leute, das ist ja... Leute, ja... Mundo AP... AP Mundo Ernsthaft? Ja Oh mein Gott Das hab ich aber auch ausprobiert, ne? Mit dem Realize... Das geht aber nicht Also sein W-Slow dann nicht, leider Ich soll aber auch ein bisschen op Dann do dat Mundo 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 Oh... äh... Du... sollten hier... Ich bin weg, ich bin weg Ja, ok Also renn Bin dabei Neiiiin Ich hab nen Brutalizer. Ich geh mal ganz kurz nen Brutalizer holen. Ich geh mal ganz kurz nen Brutalizer holen. Nimm den Brutalizer. Ich glaube die Minus nehme ich mir auch noch. Den letzten nicht. Das gewinnt. Nee. Nee. Hallo. Nein. GG. Nein. Die vom anderen S kam auch noch. Victory. GG.